So schön, dass Du da bist. Ja, heute geht es um das Thema Werte und wie wichtig Deine eigenen Werte sind. Früher ging es mir so, dass ich das Wort Werte oft verwendet habe, bis mir eines Tages aufgefallen ist, ja, Werte, schön und gut, aber was bedeutet das eigentlich für mich? Was sind meine Werte und welche davon sind mir von ganzem Herzen wichtig? Es ist so eine Erleichterung, seine eigenen Werte zu kennen und sich dadurch selbst besser kennen zu lernen. Früher war mein größter Wert Zuverlässigkeit. Das hatte einfach auch bestimmte Gründe aus meiner Vergangenheit und Kindheit. Gründe, die mir persönlich einfach wichtig waren. Und wenn sich dann etwas in meinem Tagesplan plötzlich verändert hat oder jemand kurzfristig abgesagt hat oder nicht gekommen ist, das war wie ein Schlag in meine Magengrube. Und mir wurde auch dadurch klar, dass wenn dieser Mensch diesen Wert nicht auch als oberste Priorität hat oder zumindest in der oberen Kategorie, dann kann es eben so manches mal zu Reibereien kommen. Aber ich kann mich zumindest äußern, dass mir dieser Wert wichtig ist und dann kann darauf auch Rücksicht genommen werden. Ja, heute sind meine privaten Werte Mut, Freiheit und Liebe. Genau aus diesem Grund habe ich auch den Namen für diesen Podcast gewählt. Es macht einfach Spaß, über diese Werte zu reflektieren und bei näherem Austausch mit anderen wurde mir wieder klar, dass es für diese Person auch eine ganz andere Bedeutung hat oder haben kann. So ist es für mich ganz klar. Mut bedeutet für mich persönlich, innerlich immer mehr zu wachsen und immer mehr zu mir stehen zu können in jeder Situation. Mit diesem Wert setze ich mich mutig mit mir selbst auseinander. Wer bin ich? Wer möchte ich sein? Warum bin ich hier? Und was bringt mir Freude? Habe ich für mich bereits mutige Schritte gewagt in Richtung Selbstverwirklichung? Im ganzen Bereich meiner Essenz? Und was kann ich noch dafür tun, meinen Weg und diese Schritte weiterzugehen? Ja, und dann der Wert Freiheit. Freiheit ist für mich, mein ganzes Selbst annehmen zu können und dieses nach meinen vorgestellten Konzepten zu leben und mir auch immer wieder die Freiheit zu nehmen, diese zu korrigieren und anders gestalten zu dürfen. Meine Mutter meinte schon damals zu mir, Freiheit ist das höchste Gut. Danach kommt lange nichts. Dieser Glaubenssatz hat auch mich sehr geprägt. Doch ich frage mich immer wieder, wann sind wir wirklich frei oder wann bin ich wirklich frei? Wann ist der Punkt gekommen, wo ich sagen kann, ich habe meine Freiheit erreicht? Im beruflichen, aber auch im privaten Sinn. Ist im beruflichen Sinn Freiheit gleichbedeutend mit wie viel Geld darf ich verdienen? Was bin ich mir selbst wert? Was darf ich mir freiheitsgemäß erlauben? Und dann wiederum, sind wir nicht eigentlich schon jetzt frei? Bin ich nicht jetzt schon frei, nur dass ich noch freier werden kann, wenn ich mir manche Glaubenssätze vielleicht ablege, die mir einfach nicht weiterhelfen in meinem Weg? Und mir diese anzueignen, die mich noch mehr wachsen lassen? Ja, dann bin ich ja jeden Tag frei, weil ich jede Sekunde die Chance habe, mich neu zu entscheiden. Das ist wirklich wahre Freiheit. Ja, und dann mein Lieblingswert, Liebe. Dieses Wort bedeutet für mich, mich selbst anzunehmen in meinem Wesen, die Selbstliebe in allen Dingen zu praktizieren, meinen Körper anzunehmen, meine Gedanken und versuchen, immer mehr im Moment zu leben. Ja, die Menschen auch als Spiegel betrachten, zu können und alles annehmen, was da kommt. Ihnen mit Liebe zu begegnen, egal welche Emotion mir da gerade entgegenkommt. Und schließlich, und das ist meine höchste Aufgabe, meine Herausforderung, auf die ich mich aber immer wieder sehr freue, mein Ego zu überwinden. Oh ja, manches Mal bäumt es auf, ist laut und schreit, hier bin ich. Aber ich kann mich immer wieder bewusst entscheiden, ja, für mich selbst, für mein Selbst. Ich möchte ja schließlich in meinem Selbstleben und nicht im Ego oder mich von dem immer leiten lassen. Auch wenn mir das, zugegebenermaßen das Ego doch manches Mal Freude macht, so wie zum Beispiel in schöner ästhetischer Kleidung oder wunderbaren Holzmöbel, die mir einfach viel Freude bereiten. Aber dann denke ich mir, solange sie mir Freude bereiten, möchte ich auch das annehmen und liebevoll zu mir sein. Geduldig mit mir. Ich bin doch noch im Wachsen. Ständig. Zwar mal aufbrausend, mal friedlich, mal still und mal doch ganz laut. Aber ich versuche es. Ja, das tue ich. Und zwar jeden Tag mehr. Ja, und dann gibt es noch die Entscheidung zwischen meinen privaten Werten und meinen beruflichen Werten. In meinem Unternehmertum ist Herzlichkeit mein oberster Wert. Und dieser Wert prägt meine ganze Arbeit und der Umgang mit den Menschen und den Produkten, die ich entwerfen darf. Das ist da auch ganz interessant, was mich da innerlich führen darf. Ja, und so lass dir gesagt sein, deine Werte bringen dir Glück. Sie führen dich in dein eigenes Universum zurück. Sie lassen dich wissen, wer du bist und was du im Leben wahrhaftig vermisst. Sie bringen dir Menschen, die so schwingen wie du. Sie lassen dich singen und schenken dir Ruh. Denn eins ist gewiss. Deine Werte bringen dir Glück und führen dich in dein eigenes Universum zurück. Ja, ich hoffe, ich konnte dich in die Welt der Werte entführen. Und falls du noch einmal schauen möchtest, was deine drei essentielle Werte sind, habe ich einen PDF vorbereitet. Ich werde es auch in den Beschreibungen unten verlinken. Und falls du da keinen Zugang hast, dann schreib mir doch. Dann schicke ich das dir per Mail. Ja, und dann bitte, wenn du die Liste vor dir hast, dann gehe folgendermaßen vor. Und dann fasse alle Zehner zusammen und bewerte noch einmal deine Punkteskala, bis du deine drei essentielle Werte hast. Und dann frage dich, was bedeutet dieser Wert wirklich für mich selbst? Was steckt dahinter? Und warum ist er mir so wichtig? Tut mir dieser Wert jetzt noch gut in meiner jetzigen Lebensphase oder darf ich mir vielleicht andere als Priorität nehmen? Denn, um es noch einmal zu betonen, deine Werte leiten dich durch dein Leben und lassen dein Sein noch mehr erstrahlen. Ich wünsche dir von Herzen eine wertvolle und erkenntnisreiche Zeit. Herzlichst, deine Zita Ich wünsche dir von Herzen eine wertvolle und erkenntnisreiche Zeit. Ich wünsche dir von Herzen eine wertvolle und erkenntnisreiche Zeit. Ich wünsche dir von Herzen eine wertvolle und erkenntnisreiche Zeit.